180 fragt Pete Smeet. Welches Spiel hat den besten Story-Twist? Ja, aber der hat mich unterstützt per Codec und mich immer aufgebaut, wenn ich down war. Und dann hat er mich hintergangen, weil er der böse all-along. Das stimmt, das war... Welche Spiele haben den krassen Story-Twist? Ja, das ist halt so gerade die Frage, die ich mir aufgestellt hab, und da musste ich tatsächlich drüber nachdenken. Als erst mal eingefallen ist, ist das Command & Conquer Firestorm, wenn Kabal einen überschweißt. Und auf einmal seine eigene Fraktion gründet. Das war, glaube ich, der erste Story-Twist, den ich interessant fand, ever. Okay. Aber das ist kein krasser Argument. Gut, aber das sind die beiden, die uns eingefallen sind. Ja. Das ist ja auch schon was. The Witcher 3. Ja, gute Frage, nächste Frage. Das kann ich euch leider nicht beantworten, ich hab jetzt echt ein bisschen überlegt. Aber Story-Twist, da muss ich ganz tief graben. Ich hoffe, den anderen fällt was ein. Nee, mir fällt jetzt nichts ein, was so einen krassen Story-Twist hat, dass ich sagen würde, Mensch, das ist mir ja krass im Kopf geblieben. Also meistens sind es ja so gegen Böse und bei Filmen vielleicht schon eher, aber bei Videospielen jetzt irgendwie gerade nicht, auch wenn ich... Also da ist irgendwas, aber... Also da ist irgendwas, aber... Nee, Leere. Alter. Alter, welches Spiel den besten Story-Twist hat? Ich hab keine Ahnung. Gothic ist für mich einer der ersten Story-Twiste, die mir einfallen spontan, ja. Die ich, glaub ich, so erlebt habe, dass quasi irgendwann das alte Lager, wenn du im alten Lager warst, das alte Lager sich gegen dich stellt und dich halt umbringen will und du dann letztendlich in das verhasste neue Lager musst. Ähm, das war schon ein cooler Twist. Äh, ja. Aber ob das der beste Story-Twist ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist übrigens der erste, der mir gerade spontan eingefallen ist. 3 4 5 5 7